Hallo liebe Lamas und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir schauen uns heute an Betrayal at the House on the Hill in der deutschen Auflage. Ja, es ist soweit, das legendäre Spiel Betrayal at the House on the Hill hat endlich eine deutsche Version bekommen. Man hat ja eigentlich schon gar nicht mehr dran geklappt und jetzt plötzlich, kurz vor der Spielemesse, ist es quasi bei Asmodee angekündigt worden, auf der Spielemesse dann auch auf Deutsch aufgetaucht. Das Spiel in der ersten Ausgabe ist nämlich noch von 2004, es ist eigentlich in Brettspielmanier schon uralt, noch von Avalon Hill Games, die machen heute gar keine Spiele mehr und es hat sowas wie Kultstatus in der Brettspielwelt, denn es ist Ami-Trash pur, wir befinden uns in einem verfluchten Haus, entdecken das kooperativ als Menschen, als Gruppe, die dort in diesem Haus gelandet sind und irgendwann geht ein Fluch los. Und dann wechselt das Spiel von kooperativ in kompetitiv. Wir spielen dann also gegeneinander. Und das war die große Schwierigkeit, denn dieses Spiel hat einmal ein Regelheft. Da stehen die Regeln drin, wie es gespielt wird. Ganz normale Mechanik, wenig Mechanik, wir würfeln Proben, wir haben Attributswerte, die bestimmen, wie viel Würfel, fertig, das war's. Und dann haben wir ein Verräterbuch und ein Überlebendenbuch. Das Überlebendenbuch lesen die Überlebenden gemeinsam. Da reicht's oder hat's all die Jahre gereicht, wenn einer dabei war, der gut Englisch konnte. Wenn jetzt aber der Verräter bestimmt wurde von jemandem, der nicht gut Englisch konnte, war er am Arsch, weil das muss man perfekt verstehen, um zu wissen, wie man als Verräter denn dann das Spiel gewinnen kann. Und da das Ganze jetzt auf Deutsch draußen ist, können das endlich alle zusammen genießen, egal ob sie Englisch oder Deutsch können. Und das ist doch mal wirklich ein großer Pluspunkt. Denn eines kann man sagen, egal ob man das Spiel beschissen findet oder nicht, Betrayal at the House on the Hill hat sich als Spiel bewiesen. 15 Jahre lang. Und das wird immer noch gespielt. Mittlerweile haben wir Abwandlungen davon mit Betrayal at Baldur's Gate, also der Dungeons & Dragons Lizenz, und sogar eine Legacy-Version mit Betrayal Legacy, wo ich sehr hoffe, dass auch diese eben noch auf Deutsch erscheinen wird bei Asmodee. Aber wer weiß. Schauen wir uns doch jetzt mal kurz an, was das Spiel denn so macht, wie das Ganze aussieht, damit ihr eine Vorstellung habt, von was ich eigentlich rede. Wir haben hier eine Partie aufgebaut mit drei Spielern. Das ist auch das Minimum, das ihr sein solltet. Ich gucke nochmal auf die Schachtel, aber ich glaube, das steht gar nicht auf der Schachtel. Also, da es mit einem Verräter ist, ist zu zweit doof. Drei solltet ihr mindestens sein. Und das Spiel beginnt, indem nur dieser Raum da ist, nur dieser Raum und nur dieser Raum. Das heißt, Erdgeschoss, Eingangshalle, dort starten alle. Dann die obere Treppe, das Obergeschoss und der Kellerschacht. Wie man in den Keller kommt, weiß man zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Und im Laufe der Partie entdeckt man eben die Räume, kommt zum Beispiel über die Prunktreppe in die obere Treppe, erkundet immer wieder Räume und das funktioniert ganz einfach. Man läuft quasi, läuft durch eine offene Tür und deckt dann so lange Karten auf, bis man etwas hat, wo das Geschoss passt, in diesem Fall Obergeschoss, und legt Tür an Tür an, versucht dabei so wenig Türen wie möglich zu versperren und macht dann, was dort geschieht. Zum Beispiel bei dem jeweiligen Symbol zieht man eine der jeweiligen Karten. In diesem Fall eine Ereigniskarte. Dieses Ereignis liest man vor. Das ist die Kammertür. Diese Kammertür ist geöffnet, nur einen Spalt weit. Etwas muss sich darin befinden. Lege den Marker Kammer in diesen Raum. Ein Abenteurer kann während eines Zugs mit zwei Würfeln würfeln, um die Kammer zu öffnen. Bei vier ziehe er eine Gegenstandskarte, bei zwei bis drei ziehe er ein Ereignis, bei null bis eins ziehe er eine Ereigniskarte und entferne den Marker Kammer. Das heißt, hier haben wir dann so unterschiedliche Marker. Da würden wir jetzt den Kammermarker raussuchen und quasi hier drauflegen, zur Erinnerung. Das ist jetzt einfach nur ein anderer Marker. Und so läuft das Ganze. Der Clou ist, wir haben hier diese Rabensymbole und da ziehen wir Omenkarten. Und man muss würfeln, wenn ein Omen gezogen wird. Handelt man das Omen ab und würfelt danach mit sechs Würfeln und muss über die Anzahl an Omenkarten würfeln, damit das Omen nicht, also das Omen wird auf jeden Fall ausgelöst, aber damit der Verräter nicht ausgelöst wird. Das heißt, jetzt müsste ich mindestens eine Eins oder mehr würfeln. Bei zwei, drei, vier, wir haben jetzt hier schon zwei, das wäre die dritte, müsste ich also mindestens drei oder mehr würfeln. Und auf den Würfeln ist eben nur drauf, ich zeige es hier in der Kamera mal, zwei, eins, zwei, eins und null, null. Wenn dann der Würfelwert unter der Anzahl an Omen liegt, dann wird der Spuk ausgelöst, der Verrätermechanismus geht los und wir schauen im Foliant des Verräters erstmal nach, welcher denn eigentlich losgeht. So, jetzt erwähnen wir hier im Dachboden der Schädel und jetzt müssten wir gucken, welcher Raum, nein, Dachboden geht nicht, wir müssten natürlich einen mit Omen nehmen, hier Sportzimmer, der Schädel, wir schauen also, hier ist es nicht mit Sportzimmer, sondern Sportraum übersetzt und wir schauen beim Schädel, Sportraum, Schädel, das wäre dann der Spuk Nummer 47 und wir haben hier insgesamt 50 verschiedene Spuke drinne. Dann würden wir eben aufblättern, Spuk Nummer 47. Dort steht dann auch gleich, beziehungsweise hier in der Tabelle steht dann auch Spuk 47, wäre der Verräter der Spukentdecker. In diesem Fall also hier der Vater Reinhardt. Und alle anderen, der muss dann rausgehen, liest sich das in Ruhe durch, alle anderen lesen sich die Überlebenshinweise dann in Ruhe durch und schauen, wie können sie Spuk 47 als Gruppe denn gewinnen. Der Uroboros wäre Spuk 47 wahrscheinlich ein großes, böses Monster. Wie gesagt, 50 Spuke sind dabei. Das Ganze funktioniert mechanisch eben ganz einfach. Im Laufe der Zeit bekommen wir Gegenstände. Diese Gegenstände können unsere Attribute, das kann ich hier mal zeigen, das Grüne sind die Startattribute, die können sinken oder steigen durch Gegenstände, durch Ereignisse etc. Wenn ein Attribut auf 0 steigt, also auf den Totenkopf, ist derjenige tot und man ist raus aus dem Spiel. Es kann maximal auf 7 steigen und die Zahl gibt an, wie viel Würfel darf man werfen. Und die Proben, die gewürfelt werden müssen, geben dann normalerweise an, was man erreichen muss. Also 2+, 3+, 4+, 5+. So einfach ist das. Des Weiteren gibt es mentalen und physischen Schaden. Mentaler Schaden ist Verstand oder Wissen, dann verliert man halt einen Attributspunkt. Physischer Schaden ist Stärke oder Tempo. Stärke bestimmt den Angriff, Tempo, die Geschwindigkeit, Verstand und Wissen sind wirklich nur für Proben sonst da. Auf jeder Charaktertafel haben wir zwei Seiten, aber wir haben nur eine Figur zu jedem Charakter. Das heißt, man darf sich auswählen, ob man dann hier Madame Zostra ist oder ob man Vivian Lopez ist. Genauso bei Vater Reinhardt darf man sich aussuchen, ist man der Priester, Vater Reinhardt, oder ist man Professor Longfellow. Natürlich haben wir hier, das passt eher, also die Figuren sind so ein bisschen, es passt zu beidem, ja. Das Gesicht ist von Vater Reinhardt, aber der Anzug ist offensichtlich von Professor Longfellow. Wir erkunden dieses Haus also und der Spuk kann je nachdem früh oder spät losgehen. Des Weiteren haben wir noch hier so eine ganze Menge Marker, das sind einfach Monster und Dinge, die ins Spiel kommen können, die man dann eben markiert. Was für Werte die haben, sieht man dann auch in den entsprechenden Heften. Das heißt, vorher kann davon auch nichts Böses ins Spiel kommen. Man kann auch, bevor der Spuk losging, nicht sterben, ist unmöglich. Und so laufen wir durchs Haus, erkunden das, der Spuk geht los und dann geht das Spiel quasi erst richtig los. Vorher ist einfach nur spaßiges Erkunden und, ja, Spaß haben. Weil das ist das Wichtigste bei Betrayal at the House on the Hill. Wir müssen Spaß haben. Und Leute, das macht Spaß. Das Spiel ist unfair. Das Spiel ist absolut nicht balanced. Es kann sein, dass der Stärkste, der Bestausgerüstetste, der das durch Zufall einfach nur geworden ist, dann plötzlich auch der Verräter wird. Natürlich ist da null Balance drin, da ist nichts, was das ausgleicht. Aber darum geht es nicht. Denn so eine Runde dauert 60 Minuten, ihr seid fertig. Erklärt habt ihr es in 10 Minuten. Das kann man jetzt in der deutschen Ausgabe mit jedem spielen, zu jeder Zeit und hat einfach nur Spaß. Es ist eine Horror-Grusel-Geschichte, kooperativ, kompetitiv. Natürlich, es wird dann, wenn es kompetitiv gegeneinander geht, sogar ein bisschen strategisch. Vorher ist ja wirklich nur, okay, welchen Raum entdecke ich? Ich gehe da lang, ich gehe da lang, ich gehe da lang. Oh, mir passiert nur Böses, oh, dir passiert nur Gutes. Wie doof. Nein, nicht doof. Macht einfach Spaß. Erzählt eine lustige Geschichte. Trink ein Bier dabei, quatscht dabei ein bisschen Trash-Talk. Super. Genau das will Betrayal at the House on the Hill sein. Jetzt in der deutschen Version haben wir, wie gesagt, eine deutsche Übersetzung, die reicht zum Spielen. Aber die hat durchaus ihre Macken. Von fehlenden Dingern bis hin zu, ich lese euch mal einen Satz vor, ohne damit zu spoilern. Lege einen Wurzelmarker in jeden der folgenden Schlingpflanzenräume. Dann werden Räume aufgelistet. Du immer nur einen Wurzelmarker in einen Raum legen. Grammatik gelernt bei Yoda, du hast. Also wir sehen, wer irgendwer als Wert auf eine perfekte Übersetzung legt, das ist es nicht, aber es ist eine spielbare deutsche Übersetzung. Wohl bemerkt, es gibt seit Jahren eine Fan-Übersetzung für Betrayal at the House on the Hill, die man sich nur hätte ausdrucken müssen. Also theoretisch war es seit Jahren schon auf Deutsch spielbar. Man muss nur wissen, wo. Boardgame-Geek. Trotzdem finde ich es super, dass dieses Kultspiel endlich auf Deutsch erschienen ist und kann es eigentlich nur allen empfehlen, die einen locker, flockigen, spaßigen Abend haben möchten. Und zwar bis zu, wir haben glaube ich sechs Charakter, also sechs Spieler, können das Ganze zusammen spielen. Haben wir es hier wenigstens irgendwo draufstehen? Ja, tatsächlich für drei bis sechs Abenteurer. Auf der Anleitung steht es drauf. Dass auf dem Cover steht, ein Strategiespiel, halte ich übrigens für glatt gelogen. Ein Strategiespiel ist es nicht. Es hat kaum Mechanik. Es ist einfach Glück und Spaß. A Mary Trash pur. Quasi der Urvater des Mary Trashs. Und ja, einfach toll, dass das endlich auf Deutsch zu haben ist. Ihr wisst, ich mag A Mary Trash, ich mag Betrayal at the House on the Hill. Ich freue mich, das noch oft abends einfach mal just for fun auf den Tisch zu bringen. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare. Habt ihr Betrayal at the House on the Hill schon auf Englisch gehabt? Habt ihr es gespielt? Mögt ihr es? Wartet ihr genau wie ich jetzt auf eine deutsche Version von Betrayal Legacy oder vielleicht sogar auf die Dungeons & Dragons Ausgabe, was ja so ein bisschen, immer so ein Novum ist, ein Dungeons & Dragons Brettspiel auf Deutsch. Geil wäre es, wenn Asmodee jetzt endlich mal mit Wizards of the Coast quasi in Verhandlungen ist, was solche Spiele angeht. Dann nur her damit. Ich freue mich, ich freue mich, dass das Spiel endlich auf Deutsch zu haben ist und hoffe, ich konnte euch einen Eindruck davon vermitteln, was Betrayal at the House on the Hill eigentlich macht. Ich bin Alex und ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Macht's gut!